Die Prozessindustrie. Ohne Energie geht hier gar nichts. In ihrer Prozessanlage sind immer auch elektrische Großverbraucher integriert. Mühlen, Zentrifugen, Kompressoren, Extruder oder Pumpen. Aber auch elektrische Heizungen, Elektrolyseanlagen oder Gebäudeeinspeisungen brauchen große Mengen an Strom. Über Mittelspannungsschaltanlagen sind diese Komponenten in ihrer Anlage eingebunden. Spezielle Schutzgeräte, sogenannte Intelligent Electronic Devices, steuern und überwachen die einzelnen Verbraucher vollautomatisch. Für die Automatisierung der Schaltanlage setzen sie ein Stationsleitsystem ein. Für die Automatisierung ihres verfahrenstechnischen Prozesses ein Prozessleitsystem wie Simatik PCS7. Prozess und Energie. Zwei Welten, die jedoch in einer Anlage aufeinandertreffen. Wäre es nicht viel einfacher, wenn Sie diese beiden Welten zusammenführen könnten? Mit einem System, durch das Sie Ihren verfahrenstechnischen Prozess und die Versorgung Ihrer Großverbraucher gleichzeitig automatisieren. Setzen Sie auf Simatik PCS7 Power Control. Simatik PCS7 Power Control ist eine Hard- und Softwareoption zum Prozessleitsystem Simatik PCS7. Mit Hilfe von Power Control binden Sie Schutzgeräte homogen in Ihr Prozessleitsystem ein. Das geschieht auf Basis des weltweit etablierten Standardprotokolls IEC 61850. Power Control bringt Ihnen entscheidende Vorteile. Dank der einheitlichen Bedienoberfläche kontrollieren Sie Ihre Anlage ganzheitlich. Sie reduzieren Ihren Aufwand für Engineering und Wartung und steigern gleichzeitig den Integrationsgrad und die Effizienz der Gesamtanlage. Die wichtigste Aufgabe in der Schaltanlagenautomation ist eine reibungslose Integration der Schutzgeräte in das Operatorsystem. Mit Simatik PCS7 Power Control haben Sie dafür ein Werkzeug an der Hand, das Sie intuitiv anwenden können. Denn die integrierten Bildsymbole und Bausteine für die Intelligent Electronic Devices entsprechen exakt der Bedienphilosophie aus dem Bereich Prozessautomatisierung. Über die Bildbausteine steuern, schalten, messen und überwachen Sie mit Simatik PCS7 Power Control die Großverbraucher in Ihrem Prozess. Alle relevanten elektrischen Betriebsmittel sind in den entsprechenden technologischen Bausteinen abgebildet. Egal ob Abzweige, Transformatoren, Motoren, Generatoren, Synchronisiergeräte, Leitungen oder Sammelschienen. Ein weiteres Highlight, die Bildbausteine sind in Ihrem Look and Feel herstellerneutral. Das heißt, Sie können die Siprotec Schutzgeräte von Siemens auf exakt dieselbe Weise bedienen wie die Geräte anderer Hersteller. Eine transparente Anlagenstruktur, rationelles durchgängiges Engineering und einfache Wartung. Viele gute Argumente, die letztlich zu erheblichen Kosteneinsparungen beitragen über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlage. Prozess und Energie. Zwei Welten, ein System. Simatik PCS7 Power Control.